War das der Grund für ihre Verärgerung? Heinz Hönigs, 72, Ausscheiden aus dem Dschungelcamp scheint die Zuschauer immer noch zu beschäftigen. Der Schauspieler hielt es erstaunlich lange im australischen Busch aus und blühte regelrecht auf. Doch sein Können in den Prüfungen konnte er kaum zeigen, denn aus medizinischen Gründen war der, das Boot, Darsteller meist gesperrt. Hat das Heinz Mitstreiter gestört? Der ausgeschiedene Teilnehmer Felix von Jaschaoff, 41, gibt nun Einblicke und betont gegenüber T-Online, Heinz ist 72 Jahre alt. Da ist es doch klar, dass er nicht mehr die Kraft hat, die wir Jüngeren in eine Prüfung einbringen können. Niemand habe sich darüber beschwert, ganz im Gegenteil, Heinz scheint der Liebling des Dschungels gewesen zu sein. Heinz hat unser Team auf völlig andere Weise bereichert, sagt der GZSZ-Star. Mit seinen Geschichten brachte er nicht nur Unterhaltung in die Sendung, sondern teilte auch seine Lebenserfahrung. Ich bin froh, dass ich ihn dort in dieser Ausnahmesituation kennenlernen dürfte, sagt Felix.